Hallo Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute dreht sich alles um die besten Eismaschinen. Ich zeige nicht nur meine Empfehlungen, ich nenne auch zu jedem Produkt die Testergebnisse der Stiftung Warentest. Alle Geräte, die ich hier zeige, wurden von Experten der Stiftung Warentest in echt geprüft. Außerdem findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung Links zu den Produkten, die ich empfehle. Einfach mal draufklicken, dann seht ihr auch den aktuellen Preis. Mit dabei sind Eismaschinen von Medion, Sage, Springlane und Severin. Viel Spaß beim Video. Los geht es mit meiner ersten Empfehlung. Medion MD18387. Diese Eismaschine hat von der Stiftung Warentest die Note 1,9 erhalten. 1,9 war gleichzeitig auch die beste Note in der Kategorie Eismaschinen mit Kompressor. Das Gerät ist sehr vielseitig, man kann damit Eiscreme, Frozen Joghurt und Sorbet herstellen. Die Eismaschine hat eine Kapazität von 1,5 Litern und arbeitet im Temperaturbereich von minus 18 Grad bis minus 35 Grad. Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv und im Lieferumfang ist die Eismaschine, Deckel und Rührwerkzeug mit dabei. Außerdem Messbecher und Spatel. Weiter geht es mit der zweiten Empfehlung vom Hersteller Sage. Die Maschine nennt sich The Smart Coupe. Auch dieses Gerät wurde von der Stiftung Warentest untersucht und hat die Testnote 2,0 erhalten. Die Kapazität der Maschine beträgt 1 Liter und die Maschine kann gefrorene Desserts wie Eiscreme, Sorbet und Frozen Joghurt herstellen. Besonders hervorzuheben ist, dass es hier verschiedene harte Einstellungen gibt, nämlich 12 verschiedene, je nachdem wie man es hier lieber mag. Außerdem gibt es eine Vorkühlfunktion, eine Kühlhaltefunktion und eine Mix-In-Funktion, um nachträglich noch Zutaten einzugeben. Alles in allem ein richtig gutes Gerät. Weiter geht es mit der Eismaschine von Spring Lane Emma. Auch dieses Gerät ist mir positiv aufgefallen. Von der Stiftung Warentest wurde es geprüft und es hat die Note 2,1 erhalten. Es hat 1 Liter Nutzkapazität und das Gerät kann sowohl Eiscreme, Sorbet, Parfait, Soft Ice als auch Frozen Joghurt herstellen. Dank des starken Kompressors kühlt das Gerät auf bis zu minus 35 Grad herunter. Das bedeutet, dass es vom Beginn der Zubereitung bis zum verzehrfähigen Eis nur 30 bis 45 Minuten dauert. Das ist wirklich eine gute Leistung. In Sachen Zubehör ist mit dabei der Eisbehälter, Rührteil, Deckel, Messbecher, Spatel und ein Rezeptheft. Meine vierte Empfehlung stammt vom Hersteller Severin und das Modell nennt sich EZ 7405. Beim Test der Stiftung Warentest hat es eine Note von 2,2 erhalten, also ebenfalls gut. Man kann mit der Maschine Eis, Sorbet, Frozen Joghurt und auch normales Joghurt herstellen. Eis, Sorbet und Frozen Joghurt ist in weniger als 30 Minuten fertig. Besonders erwähnenswert ist hier das Edelstahlgehäuse, das die Maschine wirklich robust erscheinen lässt und natürlich auch richtig gut aussieht. Das waren sie, die vier Eismaschinen, die mir ganz besonders positiv aufgefallen sind. Unter dem Video in der Videobeschreibung habe ich alle Eismaschinen verlinkt. Einfach mal draufklicken, dann erhält man noch weitere Infos. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert doch meinen Kanal und bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen.